Ich wette mit euch, diese Karte hier kennt ihr fast alle. Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde. Leider war es heute nicht möglich, ihre Sendungen zuzustellen. Und so weiter und so fort. Erfreut ist man darüber meistens nicht, denn es bedeutet, man muss sein Paket irgendwo anders abholen. Zum Beispiel beim Nachbarn oder im Paketshop. Für das Unternehmen dahinter ist das imagemäßig zwar nicht so gut, aber die Karte hat noch einen anderen Effekt. So gut wie jeder kennt dieses Unternehmen, denn der Name steht dick und fett rechts unten im Eck. DHL. Und links unten steht noch ein anderer Name. Deutsche Post. Was denn jetzt? Ist es DHL? Ist es die Post oder beides oder keins von beidem? Fragen über Fragen, um die es hier in diesem Video geht. Und darin schauen wir uns natürlich nicht nur irgendwelche Namen an, sondern vor allem wir schauen auch auf die Schattenseiten des Konzerns dahinter. Wer oder was genau ist DHL? Wie mächtig ist das Unternehmen? Und was wird in der Außendarstellung verschwiegen? Genau darum geht es jetzt. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Es gibt dieses eine Thema, zu dem möchtet ihr gerne mehr erfahren. Ihr habt schon ein bisschen was gelesen, wollt aber unbedingt noch tiefer einsteigen. Also fangt ihr an zu recherchieren und geratet wirklich immer tiefer in das Thema hinein. Man kommt dann von einem Detail zum nächsten und am Ende ist man in einem riesigen Netz aus Informationen gefangen und hat einen ganz schön rauchenden Kopf. Ich muss zugeben, genau so ging es mir, als ich mich für dieses Video mit DHL beschäftigt habe. Zuerst dachte ich mir, ist alles ganz einfach. Es gibt ja eben diesen einen Konzern namens Deutsche Post DHL Group und der ist aufgeteilt in die Deutsche Post, die sich bei uns um die Briefe kümmert und in DHL, bei denen es um die Pakete geht. Das war's. Aber die Deutsche Post DHL Group ist mehr, viel mehr. Sie ist nicht nur ein nationaler deutschlandweiter Konzern, sondern hier geht es um einen riesigen internationalen Player mit schon fast unvorstellbaren Ausmaßen. Nur mal ein paar Zahlen. Die Deutsche Post DHL Group hat nach eigenen Angaben rund 590.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. 190.000 davon allein in Deutschland. Der Umsatz lag 2021 bei knapp 81 Milliarden Euro. Rund 5 Milliarden davon sind als Gewinn hängen geblieben. Das sind alle schon große Zahlen, aber jetzt wird es richtig groß. Die Deutsche Post DHL Group ist in insgesamt 220 Ländern und Territorien vertreten. Das sind deutlich mehr, als die Vereinten Nationen Mitgliedstaaten haben. Zu diesen Ländern gehören unter anderem auch das Bürgerkriegsland Jemen, die Insel Madagaskar und der mit westlichen Sanktionen belegte Iran. Überall dort ist der Konzern mit Tochterfirmen am Start. Und von diesen Tochterfirmen hat das Unternehmen viele. So viele, dass die Liste mit allen Firmen, sehr klein gedruckt, insgesamt 24 Seiten einnimmt. Ich hab sie euch mal verlinkt. Aufgeführt werden dort auch noch viele weitere Beteiligungen der Deutsche Post DHL Group. Unter anderem mehrere Airlines, ein Spirituosenhändler und diverse Grundstücksverwaltungsgesellschaften. DHL ist einfach überall. Aber die Frage ist, woher kommt diese Abkürzung eigentlich und was hat das mit der Deutschen Post zu tun? Wir gehen in das Jahr 1969. In diesem Jahr gründen drei Männer in San Francisco einen Expressversand, der in den folgenden Jahrzehnten zu einem weltumspannenden Konzern werden wird. Die Nachnamen der Männer sind Dolsey, Hillblum und Lynn. Abgekürzt DHL oder DHL. Das ist das Logo damals. So und jetzt springen wir in das Jahr 1995. Es ist ein Jahr, in dem in Deutschland eine kleine Revolution stattfindet. Aus dem staatlichen Unternehmen Deutsche Bundespost wird der private Konzern Deutsche Post. Der Staat hat über die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, zwar noch Anteile, aber klar ist, genauso wie bei der Bahn wird das Postwesen privatisiert. Das Ziel damals ist, die Staatskasse soll entlastet werden und gleichzeitig soll ein starker und wettbewerbsfähiger Konzern entstehen, der über Steuern und andere Abgaben wiederum Geld in eben diese Staatskasse einbringt. Soll also nichts mehr kosten, sondern man will was daran verdienen. Und, rückblickend kann man sagen, der Plan geht auf. Innerhalb weniger Jahre wird die Deutsche Post zu einem wichtigen Player. National und immer mehr auch international. Das, was klappt, hängt vor allem damit zusammen, dass die Post bis 2007 ein Monopol in ihrem Bereich hat. Konkurrenz gibt es deshalb keine, zumindest nicht in Deutschland. Aber ein Grund für den Erfolg ist auch ein riesiges Expansionsprogramm. Reihenweise werden überall auf der Welt Logistikkonzerne aufgekauft oder zumindest durch Beteiligungen mit ins Boot geholt. Und der entscheidende Schritt dabei ist 2002 der Abschluss der Übernahme einer Firma aus San Francisco. Und diese Firma ist genau DHL. Durch diese Übernahme, die nebenbei erwähnt viel Geld gekostet hat, gelingt es der Post sozusagen, über Nacht in ein globales und bis ins kleinste Detail ausgefeiltes Logistiknetz einzusteigen. DHL kann Waren in alle Länder der Welt verschicken. Und genau darauf baut die Deutsche Post und hat wenige Jahre später eines der am besten funktionierenden Versandsysteme der Welt. Und weil der Kauf von DHL ein so wichtiges Projekt für die Post ist und man von dem guten Ruf der Firma profitieren möchte, wird deren Name sogar mit in den eigenen Namen übernommen. Die Deutsche Post heißt seit 2015 Deutsche Post DHL Group. Das bedeutet, DHL ist gar keine Abkürzung für irgendein deutsches Wort, wie immer wieder vermutet wird, sondern es basiert auf den Nachnamen von drei Männern aus den USA, die von dieser Entwicklung selbst übrigens gar nichts mehr mitbekommen haben. Denn der letzte von ihnen ist schon 1998 gestorben. Und wenn wir das jetzt alles wissen, ist auch ganz klar, die Deutsche Post und DHL sind keine verschiedenen Dinge, sondern sie sind eins. Und in der Konzernstruktur sieht das dann so aus. Es gibt unter dem Dach des Unternehmens insgesamt fünf sogenannte Divisionen. Express, Global Forwarding und Fray, also Fracht, Supply Chain, auf Deutsch Lieferketten, E-Commerce Solutions und Post und Paket Deutschland. Diese fünf Divisionen lassen sich jeweils einzelnen Marken zuorten. Die ersten vier gehören alle zur Marke DHL und die letzte Division teilt sich auf in Paket für DHL und Post für die Deutsche Post. Dazu gibt es noch die übergeordneten Organisationseinheiten, Personal, Finanzen und Global Business Services. Und der Chef von Global Business Services ist momentan auch gleichzeitig der Vorstandsvorsitzende und damit der Gesamtchef. Frank Appel heißt dieser Mann. Und eigentlich müsste man Deutsche Post DHL Group sagen, aber das sagt in Deutschland kein Mensch. Man sagt DHL, das hat sich einfach so eingebürgert, das aber nur nebenbei. Und daran könnt ihr erkennen, das ist ein wirklich großer Konzern mit einer hochkomplexen Struktur. Das alles unter einem Dach zusammenzufassen, ist kaum möglich. Deshalb gibt es auch die vielen Tochterfirmen und Beteiligungen, damit die jeweiligen Anforderungen gut verteilt werden können. Außerdem wäre es sehr schwierig, wenn die Post selbst mit ihren Angestellten irgendwo im Ausland vertreten wäre, also mit deutschen Angestellten. Deshalb arbeitet man lieber mit Leuten lokal vor Ort, die dann bei einer der Tochterfirmen angestellt sind. Ganz interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, wem genau gehört die Post denn eigentlich? Denn ein Unternehmen, das so groß und so weltumspannend und auch so lukrativ ist, ist natürlich sehr interessant für Leute, die viel Geld verdienen wollen. Da muss man sagen, so ganz genau lässt sich das nur schwierig beschreiben. Denn außer der KfW, wie vorhin schon erwähnt, hat die Post so gut wie keine größeren Anteilseigner. Nur sich selbst mit rund 1,2% und den Vermögensverwalter BlackRock mit 4,9%. Der Rest verteilt sich, wie ihr hier sehen könnt, auf private Anleger und kleinere Anteilseigner. Also, alles soweit okay? Naja, nicht ganz, denn es gibt einige Punkte, die immer wieder kritisch angemerkt werden. Und genau die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Zumindest die wichtigsten, mit einem besonderen Blick auf DHL. Denn die Marke Deutsche Post wäre nochmal ein Thema für sich, könnte man lange drüber sprechen. Gibt vielleicht nochmal ein extra Video. Wir starten jetzt mit Punkt 1 und das ist wenig überraschend. Probleme bei der Zustellung von Paketen. Wenn man sich im Internet auf Bewerbungsseiten umschaut, dann stellt man fest, DHL kommt fast überall ziemlich schlecht weg. Pakete werden falsch, zu spät oder teilweise auch gar nicht zugestellt. Das liest man immer wieder. Leute schreiben, sie wären den ganzen Tag zu Hause gewesen, aber niemand hätte geklingelt. Stattdessen wäre einfach nur eine Benachrichtigungskarte im Briefkasten gelegen, wie wir sie am Anfang gesehen haben. Die Rede ist auch von Zustellern, die die Pakete so grob behandeln sollen, dass der Inhalt später kaputt ist. Und diese subjektiven Erfahrungen lassen sich auch objektiv abgleichen. Zum Beispiel mit dem Tätigkeitsbericht der Bundesnetzagentur zur sogenannten Schlichtungsstelle Post für das Jahr 2021. Da gab es zu DHL mit Abstand die meisten Beschwerden. Rund 80 Prozent der Meldungen aus der Bevölkerung zum Thema Postwesen haben sich genau auf diesen Konzern bezogen. Der ist zwar, das muss man dazu sagen, zwar auch unangefochten Marktführer in Deutschland, aber nur mit einem Anteil von rund 48 Prozent und nicht 80 Prozent. Nach eigenen Angaben stellt DHL jeden Tag in Deutschland bis zu fünf Millionen Pakete zu. Rund um Weihnachten sogar mehr als doppelt so viel. Fünf Millionen, das ist eine riesige Zahl, die man erst einmal bewerkstelligen muss. Im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen in der Paketbranche, wie zum Beispiel DPD oder UPS, arbeitet DHL kaum mit Subunternehmen. Mehr als 95 Prozent der Zustellerinnen und Zusteller sind direkt bei DHL oder einer der Tochterfirmen angestellt. Und für diese Leute steigt die Arbeitsbelastung offenbar immer weiter an. DHL will schließlich mit der Konkurrenz mithalten und möglichst viele Aufträge bekommen. Weiterhin Marktführer bleiben mit Abstand. Die am häufigsten genannten Probleme auf Jobbewertungsseiten wie Indeed oder Kununu sind deshalb immer weiter wachsende Zustellkreise, zu viele Pakete für eine Schicht, zu schwere Lieferungen für das normale Paketgeschäft und generell ein hoher Zeitdruck bei den Lieferungen. Pro Tag haben demnach einzelne Fahrerinnen und Fahrer zum Teil 150 bis 200 Stopps oder sogar noch mehr. Und genau das sorgt dann dafür, dass Pakete vielleicht gar nicht erst zugestellt werden, obwohl man zu Hause ist. Zum Beispiel, weil der Zusteller dafür ins sechste Stockwerk laufen müsste und viel Zeit verlieren würde, und zwar Zeit, die er gar nicht hat, weil er da schon wieder woanders sein muss. Anstatt mehr Personal einzustellen und die Zustellgebiete zu verkleinern, das beklagen zum Beispiel Gewerkschafter, wird auf andere Lösungen gesetzt. Zum Beispiel auf Packstationen, bei denen man sich seine Pakete selbst abholen muss. Allerdings ist das, sagen Mitarbeiter, oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wirklich etwas helfen würde das nicht. Was dagegen helfen würde, wäre eine Joboffensive, aber die gibt es bisher nicht. Stattdessen wird in Deutschland sogar Personal eingespart. Die Mitarbeiterzahl bei Deutsche Post, DHL Group, ist in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Die Frage ist deshalb, wie geht DHL mit diesem Problem um? Der Konzern meint darauf auf Anfrage von mir. Dass über 80 Prozent aller zulässigen gültigen Schlichtungsanträge auf Deutsche Post entfallen, erklärt sich mit unseren hohen Marktanteilen im Post- und Paketbereich und der Tatsache, dass wir nun einmal der einzige flächendeckende Post- und Universaldienstleister sind. Im Übrigen ist die immer wieder erhobene Behauptung, die Zustellbezirke für das Brief- und Paketgeschäft von Deutsche Post, DHL, in Deutschland würden über die Jahre generell oder im Durchschnitt größer, falsch. Größe und Zuschnitt der Zustellbezirke werden regelmäßig überprüft und nach mitbestimmten Verfahren so bemessen, dass sie innerhalb der gegebenen Arbeitszeit bewältigt werden können. Dabei sind wir seit Jahren mit dem Strukturwandel von immer weiter abnehmendem Briefvolumina und steigenden Paketmengen konfrontiert. Und noch einen Vorwurf gibt es in diesem Zusammenhang. Durch seine verschiedenen Tochterfirmen würde der Konzern teilweise dafür sorgen, dass Angestellte mit neueren Verträgen deutlich schlechtere Bedingungen hätten als andere. Gerade bei Paketzustellerinnen und Zustellern wäre die Laufzeit von Verträgen zum Beispiel teilweise immer nur sehr kurz. Was sagt der Konzern dazu? Die weit große Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unbefristet beschäftigt und vor betriebsbedingten Kündigungen durch Tarifvereinbarungen geschützt. Allerdings benötigen wir für wochentägliche und saisonale Schwankungen Flexibilität, um die Kundennachfrage qualitätsgesichert zu erfüllen und eine zeitweise Überlastung der Belegschaft zu vermeiden. Die sich daraus ergebende flexible Personalbedarfssituation macht weiterhin auch befristete Beschäftigung erforderlich. Wir vereinbaren in der Regel Ausgangsbefristungen von sechs Monaten bis hin zu einem Jahr. Steht die Eignung nach dieser Zeit fest und besteht weiterhin dauerhafter Personalbedarf, erfolgt die Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ohne weitere Befristungsverlängerungen. Das heißt, DHL räumt durchaus Schwierigkeiten ein, sagt aber gleichzeitig, dass man im Großen und Ganzen sehr zuverlässig arbeiten würde. Probleme würde es, wenn, dann nur vorübergehend und regional beschränkt geben und einige der Vorwürfe wären schlicht falsch. Aber genau in diesem Zusammenhang gibt es einen weiteren Punkt, nämlich Punkt Nummer zwei, Ausdünnen des Services. Ich komme gebürtig aus einem kleinen Dorf bei Karlsruhe mit rund 1200 Einwohnern. Oberweiher heißt dieses Dorf, schön gelegen am Rande des Schwarzwalds, definitiv mal einen Besuch wert. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie wir in diesem kleinen Ort mal eine eigene Post hatten. Das war so eine richtig winzig kleine Filiale mit einem Schalter, die aber immerhin fast jeden Tag bis nachmittags geöffnet war. Ich glaube, außer Mittwochs. Und das genau bis ins Jahr 1995. Denn was ist 1995 passiert? Richtig, wie vorhin schon gesagt, die Post wurde privatisiert. Und Filialen, die sich betriebswirtschaftlich nicht gelohnt haben, wurden geschlossen. Genau wie der kleine Laden in Oberweiher. Jetzt kann man natürlich zu Recht anmerken, dass nicht jedes x-beliebige Dorf eine eigene Postfiliale braucht. Allerdings, auch im Umkreis wurde alles dicht gemacht. Und auch noch in den Jahren danach. Stattdessen setzt der Konzern immer mehr auf die günstigere Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, wie zum Beispiel Lotterieläden oder Handygeschäften. Rund 26.000 solcher Annahmestellen gibt es nach Angaben der Post inzwischen. Das klingt zuerst mal gut, auch für Kunden von DHL, ist in der Praxis dann aber oft schwierig. Denn anders als eine, in Anführungszeichen, richtige Postfiliale, muss eine solche Zweigstelle längst nicht den vollen Service bieten. Zum Beispiel keine Briefe annehmen. Oder auch Pakete können abgelehnt werden, wenn sie eine bestimmte Größe haben, die nicht in das Lager passt. Und ein großes Problem sind auch die Öffnungszeiten. Es gibt Zweigstellen, die haben unter der Woche nur vormittags geöffnet. Oder nur an bestimmten Tagen. Das ist für Leute, die arbeiten, schwierig, wenn man dann Pakete aufgeben möchte oder Pakete abholen möchte, die vielleicht auch zu Hause nicht zugestellt wurden. Und abgesehen davon, wie die Menschen in solchen Zweigstellen angestellt sind und wie sie vom Arbeitgeber behandelt werden, gehört nicht mehr in den Zuständigkeitsbereich der Deutsche Post DHL Group. Denn das ist dann ja jemand ganz anders. Zwar hat der Konzern unter anderem für seine Partner einen sogenannten Verhaltenskodex festgelegt, aber ob der auch immer eingehalten wird, das ist im Einzelfall schwierig zu überprüfen. Und direkte Auswirkungen hat das Ausdünnen des Filialnetzes auch auf die Zusteller. Denn die sind verpflichtet, nicht nur Lieferungen abzugeben, sondern auch anzunehmen. Damit ersetzen sie unter Umständen die Arbeit, die ansonsten jemand in der Filiale gemacht hätte und brauchen noch mehr Zeit. Zeit, die dann bei der Zustellung wiederum fehlt. Und was sagt die Deutsche Post DHL Group dazu? Partner Filialen im Lebensmitteleinzelhandel sowie an anderen Punkten des alltäglichen Lebens erfreuen sich großer Beliebtheit. Zum einen bringt das Angebot von Postdienstleistungen dem örtlichen Einzelhandel Frequenz und damit indirekt zusätzliche Umsätze, weil Konsumenten neben den Postdienstleistungen auch andere Waren und Dienstleistungen erwerben. Gleichzeitig trägt die Vergütung des Postgeschäfts einen Teil der Kosten des Einzelhändlers. Damit leistet die Deutsche Post einen Beitrag zum Erhalt des Einzelhandels in den Städten und Gemeinden. Ja, und wo wir gerade schon über den Verhaltenskodex gesprochen haben, noch ein weiterer Punkt, der dieses Mal vor allem das internationale Geschäft betrifft. Und das wäre dann der letzte Punkt, die Nummer drei, die Einhaltung von Menschenrechten. Die Deutsche Post DHL Group formuliert es in ihrem Verhaltenskodex, den ich gerade schon mal erwähnt hatte, ganz klar. Wir achten die Grundsätze der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und respektieren die Erklärung der internationalen Arbeitsorganisationen über die grundlegenden Rechte und Prinzipien bei der Arbeit sowie die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen. Außerdem unterstützen wir als langjähriger Partner der Vereinten Nationen die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Und nicht nur das, der Konzern beteiligt sich auch aktiv an Hilfsprojekten, zum Beispiel wenn es um den Katastrophenschutz geht. Man gibt sich aufgeklärt, modern, als Verfechter von Freiheit und Demokratie. Auch durch ein klares Statement des Chefs Frank Appel zum Krieg in der Ukraine. Allerdings, nicht immer scheint die Außendarstellung mit der Realität übereinzustimmen. Das legt zumindest einen Bericht nahe, der vor rund zwei Jahren veröffentlicht worden ist und der die Deutsche Post DHL Group in keinem besonders guten Licht stehen lässt. Herausgegeben wurde dieser Bericht von einer britischen Organisation namens Business and Human Rights Resource Center. Die hat sich genauer angeschaut, wie sehr werden denn die 20 größten deutschen Unternehmen ihrer Verantwortung gerecht, grundlegende Menschenrechte in ihre Lieferketten einzuhalten. Der Anlass dafür waren eine Vorgabe der vorherigen Bundesregierung zu diesem Thema und auch Leitlinien der Vereinten Nationen zum Thema Menschenrechte. Und das Ergebnis ist ernüchternd. Zitat aus einer Zusammenfassung zu der Untersuchung. 90 Prozent der Unternehmen belegt nicht, wie und ob sie ihre Menschenrechtsrisiken ausreichend managen. Und weiter, Zitat, Zwar ist es zu begrüßen, dass sich alle Unternehmen öffentlich zur Achtung der Menschenrechte im Allgemeinen verpflichtet haben, doch es bestehen laut Untersuchung erhebliche Mängel bei den von den Unternehmen beschriebenen Verfahren zur Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht. Und besonders in der Kritik dabei ist die Deutsche Post DHL Group. Sie landet auf dem drittletzten Platz vor ZF Friedrichshafen und der Deutschen Bank. Die Hauptkritik ist, gerade in Ländern, in denen die Menschenrechtslage schwierig sei, würde man bei den eigenen Tochtergesellschaften und anderen Beteiligten an den Lieferketten nicht genau hinschauen und viel zu selten kontrollieren, ob die Menschen auch tatsächlich gut behandelt würden. Und wir erinnern uns, die Deutsche Post DHL Group ist auch in Ländern vertreten, in denen die Menschenrechtslage vorsichtig gesagt kompliziert ist. Jemen, Iran, aber auch Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, China und so weiter und so fort. Ein vernichtendes Zeugnis, das überhaupt nicht zu dem passt, was der Konzern öffentlich von sich selbst sagt. Allerdings muss man auch betonen, der Bericht ist inzwischen zwei Jahre alt. Hat sich seitdem eventuell etwas getan? Die Antwort der Pressestelle ist Zu Ihrer Nachfrage können wir Ihnen mitteilen, dass wir inzwischen unser Risikomanagement in Bezug auf die Einhaltung der Menschenrechte deutlich geschärft haben. Unser Selbstverständnis für ethisch und rechtlich einwandfreies Handeln haben wir im Verhaltenskodex für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festgelegt, indem wir die Achtung der Menschenrechte als ein Schlüsselprinzip neben Chancengleichheit und Transparenz sowie eine eindeutige Position gegenüber Diskriminierung, Bestechlichkeit und Korruption verankert haben. Das Risikomanagement-System als wichtigen Teil des Umsetzungsprozesses haben wir zwischenzeitlich überarbeitet und weiter verbessert. Es entspricht daher schon heute den erwarteten Anforderungen des Deutschen Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetzes, das ab dem nächsten Jahr Anwendung findet. Zudem haben wir unser Hinweisgebersystem überarbeitet und effektive Mechanismen eingerichtet, um Beschwerden zu erfassen und Maßnahmen zu deren Abhilfe nachzuverfolgen. Fassen wir zum Schluss noch mal zusammen. Die Deutsche Post DHL Group ist ein riesiger globaler Konzern, der längst nicht mehr nur in Deutschland sein Geld verdient. Das kann durchaus auch zu Problemen führen und zu Kritik, die verschiedene Bereiche des Konzerns betrifft. Unter anderem, wenn es um die Zuverlässigkeit von Lieferungen geht, um einzelne Services, aber auch um die Einhaltung von Menschenrechten in Bezug auf die Lieferketten. Gleichzeitig muss man an dieser Stelle aber auch mal sagen, viele der Kritikpunkte betreffen nicht nur DHL, sondern auch andere Vertreter der Branche. Allerdings ist DHL Marktführer und deshalb habe ich in diesem Video besonders auf diesen Konzern geschaut. Die Frage an euch ist, wie zufrieden seid ihr denn mit dem Service von DHL? Was ist euch in der Vergangenheit aufgefallen und was würdet ihr ändern? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und wenn ihr Tipps habt, wie man Fliegen aus einem Raum verjagt, dann könnt ihr mir das auch gerne sagen. Ihr habt ja gemerkt, es gibt hier einen ungebetenen Gast, den ich einfach nicht wegbekommen habe. Sorry an dieser Stelle dafür. Für euch geht es jetzt weiter mit zwei weiteren Videos. Hier gibt es ein anderes, die Wahrheit über, über einen anderen Konzern, der früher mal staatlich war, dann privatisiert wurde, nämlich die Bahn und direkt darunter etwas von den Kollegen vom Y-Kollektiv über mutmaßliche Ausbeutung von Paketzustellerinnen und Paketzustellern zum Weihnachtsgeschäft auch da gerne mal reinschauen. Danke fürs Zuschauen, danke für die Tipps zur Fliege und bis zum nächsten Mal.